Gegen die katalanische Parlamentspräsidentin Carmel Forcadell und vier weitere katalanische Parlamentsabgeordnete hat das oberste Gericht Spaniens Untersuchungshaft angeordnet. Allerdings kommen sie gegen eine Kaution frei. Forcadell muss 150.000 Euro hinterlegen, die anderen lediglich 25.000. Eine Freilassung bekam nur einer der sechs Vorgeladenen. Allen Politikern werden nach dem Unabhängigkeitsbeschluss des Regionalparlaments von Ende Oktober Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Nach der Inhaftierung von acht abgesetzten katalanischen Ministern in der vergangenen Woche hatte Forcadell am Donnerstag ausgesagt, dass die katalanische Unabhängigkeitserklärung von Barcelona nur symbolischen Charakter gehabt habe.